Hallo, ein Brief von Tina ist gekommen. Hallo, Papa und Mama. Hallo, Ebenbild von Edebe. Wie geht es euch, von Tina? Seit ich am 26. November 2020 von Istanbul aufgebrochen bin, habe ich mich bisher auf 17 Inseln umgeschaut. Es war nicht immer einfach, aber so ist das Aufreisen nun einmal. Momentan bin ich auf Island. Die Hunde hier sind alle so freundlich und entspannt. Genau wie die Leute auch. Die Bewohner hier waren so nett zu mir, dass mein Dankbarkeits-Label auf 11 gestiegen ist. Darf ich vorstellen, dass auf dem Foto ist Nicole. Wir haben uns angefreundet. Ich muss bald wieder aufbrechen, aber ich werde an euch denken. Tina. 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 Schön mal wieder etwas von Tina zu hören. Weiterhin gute Reise. Anne. Sam. Bis zum nächsten Mal.